Quattro mit Ultra-Technologie, das ist der Allradantrieb der nächsten Generation. Er bietet maximale Traktion und Fahrdynamik und ein neues Maß an Effizienz. Beim Cruisen fährt der Q5 ökonomisch nur mit Frontantrieb. Ändert sich aber zum Beispiel der Fahrbahnuntergrund, wird der Quattroantrieb aktiv. Die Steuerung des neuen Quattroantriebsstrangs arbeitet dabei blitzschnell und vorausschauend. Innerhalb von Millisekunden erfassen zahlreiche Sensoren den Fahrzustand. Die Allradkupplung hinter dem Motor legt dann bei Bedarf die Kardanwelle still. Eine Klauenkupplung an der Hinterachse trennt den Kraftschluss zwischen dem Hinterachsgetriebe und den Rädern und verbindet sie wieder blitzschnell. Das macht den Q5 noch effizienter und gleichzeitig ist er für jedes Terrain gewappnet.